Fakten über Zucker. Wussten Sie schon, dass die Summonformel von Zucker C12H22O11 lautet? Dass Zucker nur dann weiß ist, wenn er keine andere Farbe hat und dass Zucker sehr, sehr, sehr ungesund ist. Also ich kaufe jetzt alle Produkte nur noch zuckerfrei. Ausschließlich zuckerfrei. Hier mein neues Spülmittel. Ausschließlich zuckerfrei. Total praktisch, weil dadurch das Geschirr beim Abspülen nicht verklebt und das Spülwasser besser abläuft. Oder mein neuer Süßstoff. Natürlich auch zuckerfrei. Der ist ja so gesund. Äußerst gesund. Also ich kaufe jetzt alles nur noch zuckerfrei. Ausschließlich zuckerfrei. Hier mein neuer Puderzucker. Ausschließlich zuckerfrei. Seht hier. Die Packung ist leer. Ganz gesund. Das ist ja so gesund. Äußerst gesund ist das Ganze. Ja. Äußerst so gesund. Ach mei. Äußerst so gesund ist das. Da lebt man gleich ab euer Hundertlinge. Aber die kulinarische Empfindung. Schmeckt denn das Ganze auch wirklich? Na. Das schmeckt lieber Hans mir. Das schmeckt nach Forschung Friederich. Ekelhaft. Ekelhaft. Das Ganze zuckerfrei glum. Das kanns zuckerfrei. Das kannst selber fräsen. Ja. Schau her. Ja. 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 Zucker. Das ist goa. Der schmeckt. hm. Ich noch kein Bluthochdruck hab. Da iss ich an Zucker bis mein Adelsblatsch die Achter schaust hab. Umso lang ich noch ein Zuckerfest hab, da iss ich den Zucker bis mein Festschwart samt. Zuckerfrei! Zuckerfrei! Na, mit mir bestimmt nicht. Da, nimmer anleffelt. Vielen Dank.